Hey du, suchst du eine Lehrstelle? Sehr gut! Aber bevor du dich auf eine Lehrstelle beim VOLG bewirbst, haben wir noch ein paar Tipps für dich. Kennst du deine Stärken? Informier dich über verschiedene Prüfe, damit du sie miteinander vergleichen kannst. Hast du Interesse an Abwechslung und Verantwortung? An Verkaufen und Beraten? Informier dich über VOLG auf unserer Homepage VOLG oder justi.ch. Wenn dich der VOLG interessiert, informier dich auch, was für Anforderungen der Prüfe stellt. Mach dich schlau, was für Bewerbungsunterlagen von uns verlangt werden. Melde dich in deiner Verkaufsstelle und frage persönlich nach deinen Möglichkeiten an. Hast du dich gut informiert und du denkst, dass der VOLG zu dir passt? Perfekt! Den Bewerb dich doch büßt. Wir zeigen dir gerne wie. Gehe auf justi.ch. Wähle deinen Lehrstil aus, den du dich gerne wirst bewerben. Gib alle deine persönlichen Daten fällefrei ein und du deine Unterlagen vom PC ins Bewerbungstool laden. Bei den Bewerbungsunterlagen ist folgendes wichtig. Schreib uns, warum du der richtige Kandidat für uns bist. Nimm keine Standardbewerbung. Für die Bewerbung sollst du ein besseres Professionelles vor dir machen. Alle Oberstufenzeugnisse müssen vollständig und in der richtigen Reihenfolge hochgeladen sein. Drei Seiten nicht vergessen! Wenn du noch mehr Dokumente hast, wie zum Beispiel Titelblatt, Bewertungen, Sprachdiplom oder Prüfchecks, darfst du dir natürlich auch laden. Während deine Schnuppen leer, machst du allenfalls noch einen justi Prüfcheck. Du hast nicht alle Dokumente miteinander oder musst deine Arbeit unterbrechen. Kein Problem. Du kannst einfach speichern und jederzeit daran weiterarbeiten. Übrigens, du kannst deine Bewerbung über das Tool einer Person in deiner Wahl zum Korrigieren verschicken. Fertig? Den Klick auf Abschicken. Du kannst deine Bewerbung von Ort abgeben.